Die Corona-Pandemie hat gezeigt, woraus in Deutschland ankam. Wir müssen vorankommen bei der Digitalisierung, damit die Schulen nicht länger abgehängt sind. Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die die Unternehmen entlastet, damit die Dynamik und Innovationskraft der deutschen Wirtschaft sich entfalten kann. Wir brauchen eine Politik, die internationale Verantwortung übernimmt. Deswegen sind die Freien Demokraten genau die Richtigen. Ich habe Erfahrung auf kommunaler Ebene in der Landespolitik und seit vier Jahren in der Bundespolitik. Das würde ich gerne fortsetzen.